ich muss noch mal ein video anteasern das jetzt um 18 uhr online geht und zwar bin ich zu chris gekommen nach lübeck und der verrückte hat tatsächlich die carbon seitenteile einmal in klarlack gefinisht gehabt zieht euch das video rein ich war wirklich sprachlos es sieht wirklich unbeschreiblich aus bin selten sprachlos im leben aber das war so moment wo ich reinkam in der kirkabine und das sieht einfach brutal aus an der stelle noch mal meinen vollsten respekt und vielen dank an chris der seit monaten an dem auto rumlackiert an atiom der diese krassen carbon teile einfach baut und sein element einfach beherrscht und natürlich an marius der anfang des jahres mir die ganzen vorarbeiten an der karosse geleistet hat der steckt mittlerweile wirklich ganz schon know-how hinter diese seitenteile dann das auto reinzukriegen guckt es euch an viel spaß dabei bis später